Musik Bringt jeder Weg, den du jetzt gehst Also Musik ist für mich sehr, sehr früh losgegangen. Ich bin praktisch mit sieben Jahren durch Norwegen-Schweden getourt. Und das war für mich sehr spannend. Als Siebenjähriger natürlich, damals war ich im Münchner Platzl. Um dieses Verständnis zu bekommen, ist Münchner Platzl eine volkstümliche Bühne gewesen. Damals von Ludwig Schmidt-Wildi und Weiß Fertl und so weiter aufgebaut. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich da schon anfangen habe dürfen zum Theater spielen und zum Jodeln, Schuhplatteln und so weiter mit sieben. Und da werden natürlich auch weitere Tourneen angestanden, aber das wäre zu viel gewesen für das Alter natürlich. Und mir hat das Spaß gemacht, da mal ein bisschen rumzureisen und so neischnuppern zu können in diese Welt. Das war sehr spannend. Musik Zum ersten Mal eine Gitarre in den Händen hatte ich, da war ich 15. Also dazu zu sagen, ich wollte immer Gitarre spielen, aber meine Eltern wollten Zitter, Akkordeon und so weiter. Das war da in der Vordergrund gestanden. Und dann, wie ich die Lehre angefangen habe, dann habe ich mir von meinem ersten Geld eine eigene Gitarre gekauft und seitdem springt die Gitarre. Musik Mit dem Gesang ging es los, wie gesagt, seitdem ich denken kann. Also ich bin wahrscheinlich rausgekommen und habe schon Sinn hochgefangen oder so. Ich weiß es nicht. Also auf alle Fälle eben in der frühen Zeit für mich, der erste Jodler, den ich gelernt habe, war der Königsjodler, den der Franz Lange eben gemacht hat. Und mit dem bin ich dann eben auch in Münchenplatz gekommen und habe da von meinem siebten Lebensjahr bis zum zwölften Lebensjahr, wo dann der Stimmbuch kam, habe ich gesungen. Und nach dem Stimmbuch hat es mich natürlich nicht mehr so interessiert. Da war ich dann schon 13, 14 Jahre alt und da bin ich dann in eine andere Richtung gekommen. Da war dann Jazz, Fusion, Rock, da waren dann praktisch alles moderne. Da war dann so angesagt und da habe ich sehr viele Erfahrungen sammeln können. Die ersten eigenen Songideen, die kamen auch in der Jugend, da habe ich schon Lieder geschrieben, weil das, was einem so auf der Seele liegt in der pubertären Phase irgendwie, das hat man halt dort abend schon einmal ein bisschen mit der Klampfen austariert und geschaut, was kommt da und so weiter. Aber das war jetzt auch nichts Großartiges nicht. Aus dieser Zeit allerdings, muss ich sagen, ist unser Reggae-Jodler, den haben wir live dabei jetzt immer noch, der ist aus dieser Zeit. Da war ich irgendwie am Blödeln und da ist dieser Reggae-Jodler entstanden. Das war halt das Dick. Aufpraxen bin ich sehr vielseitig mit der Musik, weil ich eben für vieles offenbar, also nicht nur das Bayerische, da sind meine Wurzeln, sondern eben dann eben auch diese Jazz-Fusion-Rock-Funky-Soul-Ecke, die damals sehr wichtig war für mich und wir auch verschiedene Band-Projekte gehabt haben, wo wir eben auch verschiedene Stilistiken gemacht haben. Das war sehr interessant. Hängen geblieben bin ich bei Curtis Mayfield, das war und ist eigentlich immer noch ein sehr großes Vorbild von mir. Und gesanglich, El Charo war natürlich zu meiner Zeit der Wahnsinn, also ein Voice-Künstler schlechthin und das hat mich fasziniert. Geprägt hat mich aber auch unter anderem, muss ich auch sagen, so Bene Ostler und die Werdenfelser-Musikanten, das war damals in der Zeit, wo ich im Platzl war, waren die Stars am volkstümlichen oder bayerischen Himmel oder so mit Mundart damals. Das hat mir schon gefallen, das hat auch Spuren hinterlassen, weil die haben eine unglaublich schöne Musik gemacht. Ja, so bin ich praktisch dann wieder ins Bayerische Zoo gekommen und mache jetzt das Bayerische Moderne mehr oder weniger und verbinde all diese Erfahrungen, die ich gemacht habe in meiner Jugend und in der Zeit jetzt, in der ich Musikmacher habe, der verbinde ich das miteinander. Also beim Song schreiben ist einmal die Gitarre oder einmal hier eben da das Keyboard oder so, das ist unterschiedlich oder einmal gar nichts. Also beim Stern am Lebenshimmel war es beim Spazierengehen und da war die Zeile da und da war die Melodie da und da hätte ich eigentlich gar kein Instrument gebraucht. Das ist dann so schnell gegangen irgendwie. Da war es halt dann die Gitarre damals, wo ich dabei gehabt habe, aber das ist unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Dieser kreative Monat, den ich gemacht habe damals 2005 im Bayerischen Wald auf der Hütte, das war ein Impuls, dem wollte ich nachgehen. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich möchte mich mal ein bisschen rausziehen und möchte einmal das kommen lassen an Ideen und an Kreativität und was auch immer kommen will für mich selber. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht oder war gar nicht der Ursprungsgedanke, dorthin zu fahren und eine ZD zu machen oder Lieder zu schreiben, die ich dann auf die Bühne bringe oder so, sondern wirklich nur einmal eine Zeit für mich, eine richtige Auszeit für mich. Und das war es dann auch. Das war eine sehr interessante Zeit. Das war das erste Mal, dass ich so lange von zu Hause weg war. Und dann noch, man macht es im Dezember natürlich, wo es schneit und du bist eingeschnallt auf der Hütte. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Da zeige ich heute noch davon, weil das unglaublich tief war. Die eigene Musik als Stellenwert in meinem Leben ist sehr, sehr groß. Die Möglichkeit, Lieder zu schreiben, die aus dem Innen rauskommen, aus dir selber, aus deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, das ist ein Geschenk, das sehe ich wirklich als Geschenk. Und dann noch, wenn man merkt, man geht mit den Liedern auf Reisen, man geht auf die Bühne damit, das habe ich vorhin eben, wollte ich noch ergänzen, auch mit der Hütte damals im Dezember, dass man, ich habe damals gar nicht geahnt, dass das so gut ankommt bei den Leuten, das, was ich da schreibe. Und wie gesagt, das war auch gar nicht der Gedanke. Dann ist aber das passiert, du kommst heim mit einem Packerl Lieder und du sprichst das deiner Familie vor, du sprichst das Freunden vor und die sagen, wow, das ist ja richtig gut, geh doch mal auf die Bühne damit. Und dann gehst du auf die Bühne und dann ist nicht nur mehr Familie und Freunde, sondern dann sitzen wirklich viele Leute unten und sind begeistert von den Liedern, die du selber schreibst. Also das war für mich eine sehr einschlägige Erfahrung und das hat mich unglaublich gefreut. Ich sehe das nicht als selbstverständlich und auch nicht als gegeben, sondern ich sehe es als Geschenke. im Leben, wenn man es so gut machen darf. Die Sonne lobt in jedem Unkelhausenhaus, ein Sommer, Sommer voller Sonne, der macht das Leben aus. Man sieht sich leid am Lachen an, liebt irgendjemand mit der Sonne schon. Man riecht, man spielt, man hört die ganze frei. Also die Abgeschiedenheit, die brauche ich deshalb, weil ich, wenn ich auf eine Hütte fahre, dann ist der Tag der Ankunft, ist ja mit sehr vielen Beschäftigungen noch zu tätigen. Also da wird dann das kleine Studio aufgebaut in der Hütte und das Equipment. Und der nächste Tag, da bereitet man sich dann vor, da schaut man sich die Umgebung ein bisschen an und ab dem dritten Tag meistens ist es so, dass man dann eintaucht. Eintaucht in die Stille, eintaucht in die Umgebung und eintaucht praktisch in deine Erlebnisse. Weil die kommen dann so langsam, irgendwo so das Erlebte aus der nahen Zeit und dann geht es auch wieder weiter zurück in das Erlebte aus der längeren Vergangenheit. Und das sind dann so die Momente, wo halt dann eben so Zeilen kommen oder wo Melodien kommen oder was auch immer irgendwie. Darum ist es so wichtig, dass man diese absolute Ruhe hat, diese Zeit. Das Soziale ist mir sehr wichtig. Ich glaube, das ist mir in die Wiege gelegt worden von meiner Mutter. Die ist auch sehr, sehr sozial unterwegs. Und ich denke, irgendwann habe ich dann gemerkt, wie ich selber Papa geworden bin. Es war mir sehr wichtig, was für Kinder zu tun und aber auch die Möglichkeit zu nutzen als Künstler in der Region. Wir haben sehr, sehr viele Menschen bei den Konzerten. Da habe ich mir gedacht, wenn man die Möglichkeit schon hat, dass man viele Leute erreichen kann, dann soll man das auch machen. Von der Bühne runter und nicht nur von der Bühne runter, sondern dann ist halt einfach mehr entstanden. Der Verein für misshandelte Kinder braucht, der seit 2005 eigentlich besteht, offiziell seit 2006. 2005 war auch die Geburt, also komisch auch mit dem Bayerischen zusammen. Das war ja auch 2005, wo ich angefangen habe, mich wieder auf meine Wurzeln zu konzentrieren. Und mir ist es sehr wichtig, da was zu machen, weil ich glaube, das größte Geschenk, das wir haben, das sind unsere Kinder und das ist unsere Zukunft, das ist sehr wichtig. Deswegen haben wir 2006 auch den Förderverein Silbermond ins Leben gerufen und sind seitdem ehrenamtlich tätig. Wir unterstützen Kinder und Jugendliche, die eben missbraucht und misshandelt worden sind, mit finanziellen Hilfen. Aber nicht nur das, wir machen Präventionsarbeit, wir gehen in Kindergärten, wir gehen in Schulen und machen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche und wir finanzieren Alternativtherapien, die von den Kassen und von unserem Sozialwesen nicht bezahlt werden. Das ist eine ganz wichtige Sache und wir haben da schon ganz, ganz viel helfen dürfen und das ist ein Geschenk für uns. Ich freu mich auf mein Mann Ich zieg mir noch einen Kaffee rein Und dann hock ich mich aufs Radl an Flüge dann wegen noch Probleme in den Zahn Und bedanke mich bei Mutter Erden Für das Geschenk, das ich dir bringen kann, jetzt gleich Nimm ich mir Zeit Ja, virtuelle Welt ist auch einer der Songs, die ich sehr wichtig finde Auch wiederum geschrieben, weil wir die Möglichkeiten haben, von der Bühne ab die Leute sehr nah zu erwischen Und es sind dann auch sehr tiefe Momente, die wir mit den Leuten da haben Die virtuelle Welt, da geht es einfach um die Thematik Kinder, Jugendliche, Ballerspiele, Killerspiele und so weiter Dass wir als verantwortliche Erwachsene ein bisschen mehr schauen, was machen unsere Kids da Wie weit auch an die da ein Dass man mit ihnen redet, dass man ihnen Möglichkeiten bietet, einmal ein bisschen tiefer hineinzuschauen Da gibt es eben auch, was wir auch wieder unterstützen, eben präventiv Leute, die sich da sehr, sehr gut auskennen aus dem Deutschen Jugendratenschutzverband Die da Seminare machen, geben die Jugend, Gefahren im Internet Das ist ganz eine wichtige Sache Und nur zu Gast geht es einfach um unsere Natur, um unsere Welt Weil man so den Gedanken hat, dass wir immer weniger, vor allen Dingen die Industrien, immer weniger drauf schauen Was mit unserer Erde wirklich auch passiert Und da ist halt der Gedanke und der Wunschgedanke eigentlich von diesem Song Der Kern, die Aussage ist, dass unsere Enkelkinder auch noch den Erdenzauber spüren Und das ist halt einfach wichtig, dass man ein bisschen schaut Dass man mit unserer Umwelt ein bisschen besser umgeht Wer weiß, wo die Reise hingeht Wer weiß die Show, wo du morgen stehst Die Antwort kennt dein Herz nur Die Sterne in China Nacht, wo ich einen Stern an meinem Leben sehe, wo man die ja reingefahren ist Das ist eine ganz, ganz tolle Nacht gewesen Und es war ja Winter und es war sehr klar in der Nacht Und ich bin raus im Schnee und habe dieses unglaubliche Sternenzelt gesehen Und natürlich nach so langer Zeit von zu Hause weg schon Kommen da die Gedanken, wer ist da wichtig, wer fällt da jetzt, wer geht da ab Und wenn du den Himmel aufschaust, was gibt es denn da oben eigentlich noch alles Und das sind halt dann so Momente, wo dir alles Mögliche durch den Kopf geht Und dann waren meine Kinder da Und dann habe ich mir gedacht, ja Und dann waren die Sterne wieder zum, habe ich die Sterne angeschaut Und so war das einfach plötzlich da Der Stern an meinem Leben sind mir Und das sind die Kinder Also für mich sind unsere Sterne am Leben sind mir, sind die Kinder Und so war die Zeile da Und das war der Moment, wo ich es geschrieben habe Manchmal kennt man die Grenzen nicht Da geht man einfach drüber Merkt nicht, dass man... Ja, das war eben in dieser Zeit, wo ich mich entschieden habe, 2005 Dass ich Mundart wieder mache Wobei ja, wie gesagt, ich habe ja gar nicht den Gedanken gehabt, dass ich jetzt was schreibe Nicht, dass ich dann auf Bühne oder auf CD oder sonst irgendwas bringe Sondern ich wollte einfach mal in meiner Muttersprache, also in der bayerischen Sprache Wollte ich mich ausdrücken Das, was ich bis dorthin erlebt habe Und das, was ich gesehen habe In meiner Sprache Und weil ich bin überzeugt, du kannst es am besten ausdrücken In der Sprache, in der du aufwachst Da wäre Englisch, da kann ich es noch so gut kennen Ich verstehe viel nicht, weil ich nicht dort lebe Und weil ich nicht damit aufgewachsen bin Da hast du nie diese Tiefe, als wenn du jetzt in der Sprache, in der du wirklich groß wirst, Musik machst Und deswegen hat mich das einfach interessiert Und so habe ich mich auf den Weg gemacht, auf diese Hütte Und habe dann eben diese Songs schreiben dürfen Sehr positiv reagieren die Leute darauf, dass ich meine Songs im Mundart singe und mache Weil sie auch viel verstehen im Bayerisch Also im Bayern, ja Aber die bayerische Sprache, die ist weich Also man sagt zwar, die Bayern sind oft irgendwie so kernig Aber die bayerische Sprache ist eine ganz weiche Sprache Und du kannst das so schön transportieren Am Süden haben wir viele Fans bisher Im Norden waren wir jetzt noch weniger Da sind wir jetzt gespannt Weil, so wie es ausschaut, dürfen wir jetzt bald in den Norden fahren Und dann sind wir gespannt, wie wir da ankommen im Norden Freuen wir uns drauf Also wir haben ja auch Kaffeescheiß Und ich habe vorher schon mal erwähnt Dass wir einfach einen ganz runden Bogen Zwischen lustig, tief, vertramt, ernste Songs und so weiter Auch im Programm haben Da haben wir den Kaffeescheiß Das ist einfach eine lustige Begebenheit, die ich da erzähle Allerdings, wie gesagt, das ist eigentlich so Einer der wenigen Songs, wo ich da gesetzt bin Geschmunzelt habe, weil mir so eine Geschichte einfällt Also das ist ja nicht wirklich passiert, der Kaffeescheiß Aber ich habe mir das so vorgestellt, wie das passiert Und ich habe da echt selber lachen müssen Weil, wenn du einen Kaffee trinken willst Und dir passieren so viele Sachen Wie es im Kaffeescheiß erzahlt wird Dann brauchst du keinen Kaffee mehr, glaube ich Ja, auf alle Fälle Dieser Unterschied jetzt Also zwischen dem Kaffeescheiß und dem Heimkimmerjodler ist natürlich sehr groß Aber beide haben so eine Intensität an Erlebnissen Ein Heimkimmerjodler, das war der letzte Abend, den ich gehabt habe auf dieser Hütte Wo ich vier Wochen eben eingeschneit war Und da steckt so viel drin So viel Sehnsucht nach daheim So viel Wehmut, dass man jetzt nach dieser Zeit Wieder heimfahren muss Weil du gewohnst ja Und das irgendwie an diese Zeit An dich selber Und das vermisst man dann auch Aber man gefällt sich auf der anderen Seite auch unglaublich Auf daheim, auf deine Lieben Und auf das Heimkimmer und tun War das für mich dann auch Dieses Geschenk, diesen Heimkimmerjodler in der Nacht zum kriegen War riesengroß Und natürlich liegt das nahe, dass man den dann auch Heimkimmerjodler nennt Wenn er am letzten Abend, kurz vor dem Heimkimmer eben auch Ja, das war eigentlich eine Eingabe Eine ganz glückliche Eingabe war das Ja, und so ist unser Programm Einfach sehr spannend und unterschiedlich Auch von den Stilistiken her ganz unterschiedlich Und das ist für mich wichtig Weil wenn ich jetzt nur eine Stilistik machen würde Dann glaube ich, dass ich selber einschlafe dabei Ich brauche das Also ich brauche diese verschiedenen Stilistiken in der Musik Ich brauche die verschiedenen Stimmungen Die ich transportieren darf in der Musik Und ich brauche das, dass man sagt Man hat auch total gute und liebe Musiker mit dabei Die diese Fähigkeiten auch alle mitbringen Diese unterschiedlichen Stilistiken darzubringen Wir sind da richtig beschenkt Und das ist ein ganz tolles Team Und das freut mich gescheit Ja, Mensch drin, das war ein Gedanke, der mir gekommen ist Den ich gehabt habe, wo ich so über die Lieder, die ich geschrieben habe, nachgedacht habe Und dann war das plötzlich da Da ist Mensch drin Und so habe ich mir gedacht, nehmen wir die CD Also ehrlich, handgemachte Musik Und auch die Verbundenheit mit den Leuten Und mit dem Erlebten Das ist für mich ganz wichtig Ich könnte nichts aufgesetztes nicht machen Das würden auch die Leute sofort merken Da würde sich keiner wohlfühlen und ich auch nicht Von dem her ist mir das sehr wichtig Das Erlebte im Leben auch weiterzugeben In Form von Musik ist es noch viel schöner In meiner Freizeit Da mache ich am liebsten meine Mädels beim Reiten zuschauen Das tue ich sehr, sehr gern Wenn man mal richtig Zeit hat Aber dann fahre ich auch gern mit dem Moped Oder mit dem Motorradl Und fahre da gern in den Berg rein Und dann gehe ich auf eine Hütte rauf Sitze mich auf und schaue In die kleine Welt runter Und das ist einfach was Schönes Das tut mir gut Das ist ein guter Ausgleich Und ja Ich umgib mich gern mit unseren Pferden Mit unseren kleinen Mini-Shettis Die wir haben Das ist meine Freizeit 2013 ist ein besonderes Jahr für mich auf alle Fälle Das was sich jetzt im Moment schon getan hat Und was sich ergibt Die Aussichten die wir jetzt im Moment auch haben Mit der Musik Mit der Entwicklung Ist etwas was ich mir vorher gar nicht so Überhaupt gar nicht so vorstellen konnte Das ist jetzt ein richtiges Geschenk Das ist etwas ganz was Neues Schöne Entwicklung Und macht Spaß dabei zu sein jetzt auch Also eins der großen Ziele ist Wenn man es so sagen kann Ist der Zirkus Kronebau in München Da möchte man auf die Bühne rauf Da haben wir alle drei dahinter Beziehungsweise schon davor gestanden Wie wir beim bayerischen Wunschung waren Und dann haben wir den Zirkus Kronebau gesehen Und dann haben wir gesagt Und da wollen wir rein Also für den Rest des Jahres Kann man schon mal sagen Unser Stern am Lebenshimmel Der macht jetzt die Reise Unsere Promoter sind unterwegs Unsere Plattenfirma ist unterwegs damit Die legen alle richtig gut los Und jetzt ist sehr sehr spannend Die Zeit wo es alles kommen darf Wir haben in naher Zukunft Die Abendschau wo wir sein dürfen Das ist jetzt richtig gut Dann haben wir schon den ersten Auftritt Im Norden Weil wir ja schon vorher die Frage gehabt haben Ob wir im Norden auch schon bekannt sind Wir hoffen dass wir da natürlich Dann ein bisschen den Schub bekommen Auch im Norden Und ansonsten freuen wir uns auf das Was der Stern am Lebenshimmel bringt Oder Sommersonna Oder Hey Du Oder eines von unseren Liedern Ganz egal was es sein wird Wir sind auf alle Fälle Unglaublich in der Freude Und freudigen Erwartungen Für den Rest des Jahres Ich bin nur zum Schnurren